Wenn du gerade mit Microsoft Excel beginnst, dann ist dieser Einstieg ideal, um die ersten Schritte mit Formeln zu starten. Dieser Leitfaden, erste Schritte mit Formeln, wie du hier siehst, steht jedem zur Verfügung, der Microsoft Excel installiert und lizenziert hat. Du kannst das ganz einfach für dich öffnen, und zwar wenn du eine neue Arbeitsmappe erstellst. Das sehen wir uns als ersten Punkt näher an. Dazu habe ich hier eine neue Datei geöffnet und kann hier im Bereich der Datei auf Neu auswählen. Und darin habe ich nun etliche Vorlagen von Microsoft Excel. Unter anderem habe ich hier Lernprogramme zu Formeln oder auch zu Pivot-Tabellen und eine allgemeine Tour, was Microsoft Excel alles an Funktionen anbietet. Für unseren Einstieg wählen wir die Lernprogramme zu den Formeln aus und es öffnet sich ein weiteres Fenster. Darin wird in aller Kürze erklärt, worum es geht in diesem Lernprogramm. Und wir können nun auf Erstellen klicken und es wird entsprechend diese Vorlage für uns erstellt im Microsoft Excel. Und diese ist sehr intuitiv für den Anwender erstellt worden bzw. aufbereitet. Ich kann hier in der ersten Arbeitsmappe bzw. Arbeitsblatt auf den Menüpunkt Los geht's klicken und komme darin zu den einzelnen Punkten. Wie du siehst, ist dieser Kurs auf mehreren Schwerpunkten organisiert. Zum Beispiel haben wir hier allgemeine Grundlagen zu Microsoft Excel sowie die Einführung in Funktionen. Dann geht es auch schon spezieller um Mittelwerte, Min- und Max-Berechnungen, Datum und Uhrzeit. Aber nicht weniger wichtig auch Verknüpfen von Text und Zahlen sowie Wenn-Anweisungen, der klassische oder viel bekannte S-Verweis sowie bedingte Funktionen, Funktionsassistent, häufige Formelfehler und zusätzliche Informationen. Sehen wir uns das nun Punkt für Punkt gemeinsam an, um dir das Lernen für die Formeln bzw. alles, was an Grundlagen hier notwendig sind, gemeinsam an. Und zwar starten wir hier bei den Grundlagen. Hier eine allgemeine Mathematik in Excel. Wie diese aufgebaut ist, wie man hier sehen kann, werden die einzelnen mathematischen Grundlagen, die addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren vorgestellt. Auch wenn das zunächst sehr einfach wirkt, kann es trotzdem nicht, ist es nicht verkehrt, dieses aufzufrischen, dieses Wissen und auch das eine oder andere vielleicht auch mitzunehmen. Es wird dann auch immer zu der Theorie hier ein praktisches Beispiel gezeigt und zwar sehen wir hier, wie denn diese einzelnen Funktionen funktionieren. Es wird auch hier bereits praktisch diese Formeln angewendet und man kann diese Schritt für Schritt für sich näher ansehen. Dann gibt es auch hier noch eine vertiefende Information zu den Formeln und Zellen und Bereichen. Das würde ich sehr stark empfehlen, einmal durchzuackern, da ich jetzt finde, dass es sehr gut aufbereitet ist. Kommen wir auch zum nächsten Schritt und zwar zu den Einführungen in Funktionen. Hier werden nochmals die Summenfunktionen, die Autosumme erklärt, die sehr häufig bzw. fast in jeder Arbeitsmappe vorkommen und auch hier finde ich ein sehr gutes Beispiel aufbereitet, sogar mit Bonusaufgaben für die Fleißing unter uns. Was mir sehr gut gefällt, sind hier auch weitere Informationen zu den Funktionen, um hier wirklich ein gutes Wissen aufzubauen. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Bereich und zwar zum Mittelwert. Hier gibt es nochmals die Erklärung, wie man einen Mittelwert berechnet. Schön ersichtlich aus diesen vier Beispielen. Darüber hinaus gibt es auch noch einen Absprung, wer sich für die Medianfunktion interessiert oder auch für die Modusfunktion. Und sowohl auch kostenlose Excel-Schulungen online. Wie man schon merkt, ist wirklich dieses Lehrprogramm mit viel Informationen ausgestattet und dennoch haben sie eine sehr gute Übersicht bzw. auch das Wichtigste in Kürze aufbereitet. Nicht zu vergessen sind auch die Funktionen Min und Max. Auch hier wieder weitere Informationen im Web. Ich werde nicht auf die einzelnen Funktionen hier eingehen. Ich denke, dass du das in Ruhe dir selbst in dieser Arbeitsmappe ansehen solltest. Und bei Fragen kannst du jederzeit einen Kommentar hinterlassen. Und ich werde versuchen, dir zu antworten. Ich möchte dir hier einfach eine kurze Einführung geben zu den Funktionen, was dieses Lernprogramm alles bietet. Wir können hier auch nochmals einen Schritt weiter gehen. Das sind Datumsfunktionen sehr essentiell, wie hier zum Beispiel, wenn man das aktuelle Datum ermitteln möchte. Wie kann man nun auch zwei unterschiedliche Datumswerte subtrahieren, um zum Beispiel gewisse Laufzeiten zu ermitteln. Dann gibt es hier auch noch die Uhrzeitfunktionen. Auch wieder sehr schön aufbereitet mit Beispielen, die man für sich in Ruhe durcharbeiten kann. Und hier nochmals vertieft auch, wer es ganz genau haben möchte, mit Bildern aufbereitet. Gehen wir zur nächsten Funktion. Das Verknüpfen von Texten aus verschiedenen Zellen. Ja, das ist sozusagen einer der häufigsten Tätigkeiten in Excel, unterschiedliche Daten zusammenzuführen. Und damit lässt sich auch beispielsweise hier, wie mit den Vor- und Nachnamen, sehr gut bildlich darstellen. Warum und wie einfach, dass das Zusammenführen von zwei Zellen gemacht werden kann. Hier auch nochmals mit Uhrzeit und Datum. Dann sehen wir weiter die Wenn-Anweisung. Auch eine sehr wichtige Funktion, um beispielsweise Abfragen zu gestalten, ob etwas größer oder kleiner ist. Hier nochmals mit Kombinationen. Wie man hier erkennen kann, ist unter anderem mit der Wenn-Anweisung auch eine komplexe Berechnung möglich. Und auch hier nochmal ein Experten-Tipp. Ich finde, dass dieser Standard-Kurs, der Microsoft Excel hier vorbereitet hat, wirklich ein guter Einstiegspunkt ist. Natürlich sollte man sich auch mit der Zeit zu den einzelnen Funktionen auch andere Informationen hinzuziehen. Aber dafür, dass das hier gratis sozusagen, beziehungsweise in der Lizenz enthalten ist, finde ich, ist das ein sehr guter Einstieg. Auch hier nochmals der S-Verweis, der schon etwas herausfordernder sein kann. Und auch hier wieder eine gute Beschreibung, wie diese im Detail funktionieren. Und ich werde hier etwas schneller durchgehen. Die bedingten Funktionen auch nochmal sehr hilfreich, wenn man eben Kombinationen mit Summen und Wenn-Bedingungen durchführen möchte. Und zu guter Letzt gibt es auch noch den Funktionsassistenten, um sozusagen diese Funktionsargumente auch grafisch einzugeben. Und dann auch noch, früher oder später, gibt es eben leider Formelfehler. Und hier gibt es einen Ansatz, wie man diese sozusagen, wie im Fußball tacklen kann, beziehungsweise lösen kann. Abschließend gibt es auch hier den Hinweis auf weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es eine Community und auch ein LinkedIn Learning. Wie du siehst, hier kurz und knackig dieses Lernprogramm von Microsoft Excel aufbereitet. Und ich kann es wärmstens empfehlen, diesen einmal durchzuarbeiten. Wie eingangs erwähnt, falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten. Und bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann. Und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank dafür und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.